So, da sind wir wieder zurück bei Getting Up. Oh Gott, ich spiele es das erste Mal mit der Maus, das ist ja unglaublich, geht gar nicht. Gamepad, komm her! So. Das ist schon besser. So, machen wir jetzt schon mal hier den Rest der Mission. Okay. Und jetzt noch hier den Transporter. Okay. Andere Seite? Ja, sicher. Na komm, okay. Ah, und da oben noch. Da ist auch eine Tasche. Die nehmen wir natürlich mit. Vergrößert nämlich unsere Gesundheit. Na, halt dich doch fest. Halt dich fest da, nicht so raus hier. Äh, wie kommen wir denn da raus? Gar nicht, wir müssen hier hochspringen. Irgendwie muss das doch klappen. Komm. Gib dir einen Ruck. Ich hab mich doch hier eben dran festgehalten. Wie hab ich das denn gemacht? Also dadurch verlieren wir jetzt echt viel Zeit. Das nervt irgendwie ein bisschen. Ja, das war auch toll. Och Mensch, komm schon. Ganz ruhig bleiben. Wir müssen doch hier irgendwie... ...da an die Kante kommen. Kann auch nicht sein. Achso, okay. Alle Fragen sind beantwortet und... ...ja. So, wie sieht's jetzt aus mit der Statistik? Bonus-Graffiti. Da fehlen noch. Eins. Freeform. Okay, das weiß ich, welches fehlt. Aber welches fehlt denn sonst noch? Hier irgendwo? Eigentlich doch nicht, oder... ...oder doch? Ne. Sag ich doch. Hier ist doch keins. Hier ist doch auch keins. Ne. Bonus-Graffitis. Zwei Stück. An der Wand hier? Ja. An der Wand. Gut. Damit bleibt uns noch eins, was wir hier machen müssen. Alle Bonus-Graffitis in diesem Level wurden fertiggestellt. Das finde ich gut. So, Statistik. Haben wir, haben wir, haben wir noch nicht. Haben wir, haben wir. Okay. Jetzt weiß ich auch, was fehlt. Nämlich die... ...Poster. Eins. 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 Zwei. Hier hinten. Drei. Eins noch. Und zwar da vorn. Dann haben wir das auch. Jetzt haben wir alles geschafft und jetzt können wir in den nächsten Level gehen. So. Hier lang und jetzt hier durch. Na, mach auf das Ding. Allerdings. Ziel erfüllt. Okay, 25% mehr Waffenschaden. Finde ich gut. Ghost Yard Inn. Joa. Ja, machen wir. Machen wir. Egal. Ja, möchte ich vorbereiten. Oder ne, Moment mal. Ich glaube insgesamt ist die Zeit schon rum. Denn ich muss ja noch alles rendern. Die letzten Parts hier gesehen habe ich noch gar nicht gerendert. Deswegen meine Festplatte wird voll sein. Ich würde vorschlagen, wir machen das doch erstmal in dem nächsten Part. Ähm. Ja. Bis dahin. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.